Blutpunkte ohne Hände. Somit willkommen zurück zu einer neuen Auflage. Wo muss das? GC Ja Jetzt warten wir mal wieder auf den Ladebildschirm. Unser Crazy ist immer noch abhanden. Ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Ja, da kommt irgendwie nicht in den Puschen. Der Typ wird immer älter. Komisch hat Kerl. Ist ja beim nächsten Mal dabei. Wir suchen auf jeden Fall noch eine vierte Person. So, muss eine Person dabei sein. Die ein oder andere Spieler noch hat und sagt auch, okay, bin ich dabei, spiele ich mit. Crazy glänzt wieder mit Abwesenheit. Das ist der Penny, der wurde jetzt doch gespuckt, ey. Oh, damn. 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 Das ist der Crew. Oh, das ist der Crew. Bei der. Also von dem Film auf der... Das ist der Bärische Dings auf, äh... Oh, ich habe eine grüne Karte. Eine grüne Karte hatte. Aber mit schätzt ich jetzt mal mein Crew. bitte komme ich da durch die Tür da war der Generator der Killer steht auf K ich glaub der steht hoch nein das ist Bubba es ist Kevin ja ja ich glaub der steht rum Junge Feuerball Scheiße ich krieg doch mal hier oben so ab, ne? kommst du schon mal? ne ich hab grad den Rad halt fertig ist jemand in deiner Nähe? er ist doch hier oben, er hat nach unten geguckt der geht jetzt schräg vor mir links zu einem der am Generator ist ich bin da schon weg Fetzel runter geholt er ist gut da Fruisen wir mal nicht an hier ich geh einfach von diesem Kaspar wenn ich mal das kann er Junge pack mich nicht an nein du bist zu dumm dafür nein du bist zu dumm dafür ja pack mich an dann verreist ja da hat sich zerrissen ja da hinten in der Ecke ja du bist doch gar nicht so weit weg ja ja ich seh dich wackeln nun Lappen ich lass auch noch da ah ich hab da unten her laufen sehen ah jetzt kommt er wieder zurück er kämpft dich ab oder was? wenn ich hart mit hab komme ich nicht zu dir wenn ich jetzt runter springe hört das auch und dann komme ich nicht weg der scheint dann wirklich unten abzukämpfen der scheint dann wirklich unten abzukämpfen ja der Opa ist von da siehst du wie doof der ist? ja du kannst wackeln so viel du willst solange der kämpft kann ich die nicht runter holen kämpft er da wirklich ab? hier oben ach du bist das gar nicht nerfy entschuldige bitte ich hab mich die ganze Zeit mit dem Namen vertan der kämpft ab oder? ja ja der kämpft mach generator mach generator ja da ist einer fast fertig ja ich hab den mal mit er steigt durchs Fenster na geil jetzt nochmal so hast du mal da oben genug du kleppnase abgehängt so wie sie es gehört so wie sie es gehört da hinten hängt aber noch einer ja da kann ich nichts für sind da noch andere Leute da jetzt nicht mehr ich geh jetzt nicht mehr das hat schon ja ich weiß sie erkennt schnelle Armbewegung am Haken heißt das erkennt langsame Bewegung heißt die Bewegung geht bis zum Haken hoch das hat man vom Haken also okay jetzt hat er die 5% Chance gemacht hm jetzt kannst du ihn vielleicht runterholen jetzt kannst du ihn vielleicht runterholen ich bin aber hinten am Generator auf den Klo bewegt ich hab meinen fast fertig und der hängt jetzt der hängt jetzt mach 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 der hat der andere ist tot jetzt der kämt den noch jetzt sowieso wieder ab ich hab noch Hakenbiet ja jetzt der nächste Generator hätte sie sterben lassen aber beim Kloch Generator da geh ich jetzt aber nicht mehr hin der Generator war ja fast Hälfte nimm mal den Skalen Generator wo dein letzter gestorben ist nimm mal den Skalen Generator also ich hab die grüne Karte ich weiß nicht was du hast und hier kannst du ihn hinterher haben versuchst du es vielleicht damit die Lupe zu ziehen falls jeder angezeigt wird ich muss erstmal rennen jetzt ich dachte dass du überlebst oh oh lauf 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 scheiße und ich sterb natürlich direkt wieder genau neben dem Haken nein schnell rein ich habe den Haken nicht gesehen ich habe den Haken nicht gesehen ich habe den Haken nicht gesehen nein er geht weg von mir nein jetzt wird der stehen er bleibt bei mir okay dann mach ich erstmal den Generator fertig hier und zum Beispiel auf einen anderen Wege dazu gehen zu kommen halt mich auf eine Laufenden der rennt die ganze Zeit hier hin und her bei mir jetzt ist er gerade weg jetzt kommt er wieder ist immer noch bei mir rennt in deine richtung er kommt zu dir er kommt zu dir er ist wieder bei mir er kennt mich ja ich kämpfe noch weiter läuft ja immer noch bei mir rum kannst du schon mal die luche suchen ich bin hier beim generator ich dachte die scheiß tür ist offen das tür und das tor ist zu ist eine saurerei viel spaß scheiße es ist ja auch hier beim generator jetzt kommt bloß nicht die treppe rum okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020